hallo zusammen hier ist der danger seeker und wir spielen ein weiteres mal marvel strike force ja was steht heute auf der agenda neben den täglichen belohnung das kennt ihr ja schon wollen wir mal schauen dass der krieg macht der geht ja noch bis zum 9 uhr morgens liegen wieder leicht zurück aber ich habe zehn energie das heißt wir können zehn mal kämpfen entschuldigung hier sind da schon welche angegriffen das sind die miethelden gegen die welt kämpfen in der kriegsverteidigung sind die super saustark und können sich ständig wieder ein bisschen immer aber nichtsdestotrotz wollen wir es mal probieren das sieht auch bisher gar nicht immer so prickelnd aus das sieht sogar ganz und gar nicht das meine und wiederkommt kreuz und alle wieder Oh, oh, oh. Ja, das war mein Stärkstes Team, die Infinity Watchmen. Ja, wow. Ja, das macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Wow. Wow. Okay. Okay. Naja, ich muss ja jetzt nur die Kleinen greifen, das ist natürlich nicht so laut flink das. Aber es müssen in weitere Räume freigeschaltet werden. Okay. 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 Ja, so geht es weiter und weiter jetzt. Nichts aufhören. So würde ich sagen, hole ich euch gleich wieder dazu. Kleineren... Okay, dann bis gleich. Na, ich hab's mir anders übergebracht. Ja, so konnten wir wenigstens Iron Man Zombie in Action sehen. Ähm, ja, wie gesagt, dann müssen wir jetzt durch. Wie gesagt, was? Wie gesagt, was das? Und ja. Oh. 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 Again. Oh. 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 So. Noch dreimal Leute. Oh. 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 Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bissern. Dann wollen wir noch einen Kaffee trinken. So ist der Platz. Ich wusste, wie er losgeht, diese Arbeit. So ist der Platz. Schauen wir mal, ob das nachzukommen wird. Okay, jetzt noch mal im Kosmos noch schnell zu gehen und vorbeischauen. Oh, haben wir nochmal gewonnen, weil der Gegner nicht gezockt hat. Turnier abgeschlossen, Rang 3, naja, könnte schlimmer sein. Das ist ja schon mal schön. Okay. Was für Meilensteine haben wir hier erreicht? Naja, diese Belohnung hier, ein verstecktes Kommandanten, also... Naja. Uh, das wäre natürlich schön. Achja, die Mailbox. Helfende Hand. Oh, was war das? Rudesterne für Moonstruck. Ah, okay. Ah. 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 so was will ich gucken Raubzüge Service aktiv oh ja geht auch nur noch eine Stunde oh Leute da müssen wir hier natürlich mal kurz mitmischen Simulation geht das doch immer recht schnell oder das finde ich gar nicht so verkehrt ja gut dann war es das auch hier mit der Energie nochmal hier die Belohnung oh ha die Gegner kämpfen noch weiter das sieht nicht gut aus gerade die Swarps noch mal öffnen okay die Herausforderung ganz wichtig Junge 14.000 von den Blauen wie sollen wir die denn jemals brauchen naja so was kann man noch machen mal gucken bei den Events verdiene großartige Belohnungen oh 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 was brauchen wir denn dafür hm 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 Das war jetzt ja leicht verdientes Geld. Das wird doch bestimmt nicht so einfach bleiben. Das war jetzt nicht so einfach. So, was soll ich davon halten? Das hätte ich natürlich gerne. Auch diesen Mega-Obs. Gut, den Mega-Obs, das wollen wir uns nochmal holen und nochmal zusammen öffnen. Gut, es geht immer so schnell. Genau, den öffnen wir jetzt mal zusammen und gucken, was dabei rauskommt. Im Idealfall natürlich Splitter von Charakteren, die wir noch freischalten müssen. Hier ist ein Mega-Obs. So, da, die Daumen drücken. Das ist ein Charakter, der ist ganz komplex. Ja. Silber Samurai, 126 von 300. Ja, das hat es leider mal gar nicht gebraucht. Schade. Mal wieder. Nix. Na gut. Gut, den Rest mache ich ein bisschen off-camera und dass wir uns dann morgen wiedersehen zu einer neuen Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, über ein Abo, über einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschau.